Digga, ich fühl mich so lost gerade. Ich auch, ich hab eine Smoke und ein 8. Oh mein Gott, es war so wichtig. War so wichtig, Teamate hat mich noch gerettet, Digga. Absolut, oh mein Gott. Was geht YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal ScorpionPlays. Heute ist Massi mit dabei. Was geht ab, Leute. Genau, und wir machen heute was ganz besonderes. Wir machen heute, wie ihr schon gesehen habt, die CSGO in Black Ops 3 Challenge. Ist beim Netz zwar schon mega gut angekommen, machen wir heute nochmal. Und dazu brauchst du eine Klasse. Und ich erklär dir mal ganz kurz die Regeln. Also ich würde sagen, wir machen dieselbe Klasse. Und zwar brauchst du dafür, ich weiß nicht, ob du die freigeschaltet hast, eine KN44. Ja, hab ich. Aber ich hab nicht alle Attachments. Okay, dann mach irgendwelche. Also Laser brauchst du auf jeden Fall, würde ich sagen. Aber den könntest du schon haben, weil der ist ja eigentlich relativ früh schon freigeschaltet. Ja, das hab ich. Genau, ich hab jetzt Laser langer Lauf zum Beispiel, aber du kannst ja auch Laser und keine Ahnung irgendwas anderes machen. Dann zwei von der MRZ. Sag ich nicht nein zu. Dann eine Splittergranate und zwei Erschütterungsgranaten. Okay. Und dann Kugelweste, aufgespürt Taktikmaske. Ja, man braucht ja keinen Streitwerfer, wir boosten nämlich nicht. Ich erklär dir gleich die Regeln. Und man braucht auch keinen Nachbrenner. Okay, die Regeln sind folgendermaßen. Wir spielen, suchen und zerstören. Sechs gegen sechs. Wir spielen absolut so ein, als ob wir die taktischsten Spieler der Welt wären. Wir dürfen nur aus der Hüfte schießen. Nicht Doublejumpen, also an Normalsprung geht. Nicht Sliden, also nicht Wallriden. Also wir spielen so wie so Recruit-Bots, die aber trotzdem natürlich die Runde gewinnen müssen. Okay, sehr egal. Und hier ist direkt mal unsere erste Map. Boah, ich würde sagen, wollen wir Evac versuchen? Da kann man vielleicht so aus der Hüfte ein paar Kills machen. Ja, ja, Evac geht klar. Sprinten darfst du natürlich auch nicht, weil Sprinten natürlich so aussieht, dann nimmt er die Waffe ja so runter. Das heißt, wir müssen jetzt schon so ein bisschen so ein-of-Taktiker machen mit unseren Granaten vielleicht. Okay, direkt wie ein competitive Match anscheinend. Ja, let's go. Gegen die vier. Wir haben auch beide Kliniken gerüstet. Ja, drei gegen vier. Schön arrogant, Digga. Ja, richtig arrogant. Nur aus der Hüfte werden so verlieren, Digga. Digga, nur aus der Hüfte ist eigentlich übelst nice für mich. Ich feiere das voll. Ich habe auch mal so ein Video rausgenommen, wo ich nur aus der Hüfte schieße. Aber ich habe halt... Du hast auch so getriert. Ich kenne das Video noch. Da bist du richtig reingegangen. So ein Scuff-Syndrom, Digga. Ich weiß nicht, ob ich es also schaffe, so. Ja, das muss man schaffen. Man muss es versuchen, Digga. Ja, versuchen wir es auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen direkt auf A, egal von welcher Seite wir spawnen, weil da haben wir so ein paar Häuser, die wir benutzen können. Weil Nahkampf ist es auf jeden Fall sehr wichtig. Und wir müssen eine Runde S&D gewinnen. Also eine Map S&D müssen wir gewinnen. Ja, safe. Wir gewinnen es jetzt hier straight up. Okay, wollen wir Richtung A? Du sprintest schon, Digga. Oh, fuck. Auf zu sprinten. Also auch nicht rein-aim'n, ne? Nee, nicht rein-aim'n. Einfach Laufung. Also eigentlich brauche ich nur R1 und meine Sticks. Ja, genau, Digga. So, ich flash hier schon mal vor. Da habe ich keinen gestunt. Nee, da habe ich keinen gestunt. Doch, ich meine Nate. Da habe ich auch keinen gestunt. Ich werfe eine Nate in A. Da ist einer, da ist einer in A. Ich habe mal den nach links geworfen. Oh, ich habe ihn direkt geholt mit der Nate. Oh Gott, ich gucke dir zu. Schön genausguckt. Nicht hinlegen, Digga. Nur hinhocken. Ich glaube, hocken kann man. Ja, hocken kann man. Ich habe direkt einen Nate-Kill. Ich glaube, mein erster Nate-Killer in Black Ops 3, Alter. So, 1v2 kann er das holen, Digga. Weißt du was? Ich habe irgendwas gehört. Ja, wir haben ja aufgespürt. Das weißt du, das habe ich extra eingepackt, dass wir einen kleinen Vorteil wenigstens haben. Ich glaube, keiner spielt so eine hohe Sett. Doch, in CSGO spielen die alle. Ja, komm. Ja! Absolut gedroffschottet. Nein, ich habe gedroffschottet. Egal, 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 egal. Ich muss erst mal klarkommen, Digga. Oh, er klarrt. Das ist direkt, Alter. Let's go. Es kommt von Automaten. Digga, wie gruselig ist es bitte, dass wir uns dieselbe Tarnung eingepackt haben. Hast du auch diese lila Tarnung? Ja, ich habe auch diese Energon-Tarnung genommen. Ich habe halt nur die, die nice ist. Digga, aber wie krass ist das? Was für ein Zufall ist das bitte, Digga? Holy shit, Mann. Fällt mir jetzt gerade auf. Die übelst Halal, Digga, diese lila Tarnung. Direkt 1-0, Alter. Okay, ich versuche wieder Richtung A zu laufen. Ja, dann gehe ich B. Er geht's hier bis 4, geht's hier, ne? Bis 4 geht's hier, genau. Okay. Teammate geht auch mit auf A. Oh Gott, Digga, wie ist es so langsam? Ich sehe, wie dein Pfeil sich bewegt, Alter. 150 vor der Drohne, Digga. Oh, die Drohne wäre schon huge. Bei mir kommt wie eine Nade. Ich schmeiß die across. Einer ist bei mir, ich habe ihn gestunt. Habe ich nicht, er ist unter mir. Soll ich zurück rotieren? Noch einer. Oh, das ist ein schwer, No-Scope. Er ist gleich, der One-Shot noch einer. Diesen B, ne? Jetzt bin ich down, ja. Okay, okay. Digga, der Typ, unser Team-Mate spielt die Challenge einfach so unbewusst mit, Digga. Er bewegt sich so. Ich spiele jetzt, ich aim jetzt wie Dingens. Kennst du bei CSGO? Oh! Kenn schon ein paar, ja, sag mal. Warte, dieser Aim-God, Mann, wie heißt der nochmal, Digga? Ich vergesse es jetzt gerade, der hat auch so einen richtigen COD-Namen. Ach, egal. Schreibt es in die Kommentare, Leute, es fällt mir eh gleich wieder ein. Okay, so, ich muss das 1v2 klatschen, so wie Masi eben. Ah, okay. Nein, das auf jeden Fall, ja, easy, genau. Wir werfen doch immer die Nades so krass an Ecken bei CSGO. Ich kann hier leider nicht hochgehen, ist das Problem. Digga, das ist so schwer. Nein, Digga, scheiße. Du müsstest eigentlich auch stehenbleiben beim Schießen, wenn es richtig CSGO wäre. Und ducken auch, das hilft auch. Ducken verkleidet ja irgendwie so deinen... Digga, wie kannst du mir jetzt nicht einfallen, wie der Typ heißt, Digga? Ich dreh gleich durch, Mann, warte. Er hat dir so turbulent gegeben, ne? Ja, das ist lächerlich. Oh Gott, XXSkills ist nachgetreten. Oh Gott, nachgetreten? Beigetreten. Let's go, Alter. Denk schon ans Nachtreten, Digga. Da könnte einer gleich campen. Stun mal hier, warte. Ja, das ist Flink, 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 Flink. Und Hydra-Bombe ist auch gestunt. Ich hab gnatet, oh, let's go! Hydra-Bombe war auch gestunt, da nade ich auch rein. Okay. Hab ich nicht. Ich mach nochmal eine Nade of Alley. Angst, der Flink. Ich hab den Flink. Okay, du hast den Flink. Okay, warte, ich lauf jetzt hier lang. Oh Gott, ich hab so Angst. Esther, Flank, Flank, Flank. Oh mein Gott, ich hab so einen Longshot gegeben, Digga. Noch einer, noch einer. Okay, ich komm mit. Den One-Shot. Ich helf dir. So weak, Digga. Ein Minisprung geht, ja, das geht. Ja, das geht, glaube ich. Die boosten sich ja immer hoch bei CSGO. Push den jetzt, Digga, scheiß drauf. Esther, er geht eh... Scream heißt der CSGO-Spieler. So, das ist mir jetzt wieder eingefallen. Scream. Der hat so Alley gecampt. Der macht auch die Challenge, Digga. Okay, komm. Ja, der könnte ein Dubs... Ja, 2v1. Nein, ich hab hingelegt wieder. Egal, egal. Der könnte hinten rumgelaufen sein. Es ist echt schwer, die Reflexe abzutrainieren. Ja, es geht gar nicht, Digga. Oh Gott. Oh mein Gott, wieder hingelegt. Bomb ist down. Komm, das kannst du easy holen. Wir leben denn noch. Oh! Wo ihr sich wieder hinlegen wollt, er hat so gekämpft gegen Reflexe. Ja, das kommt automatisch. Kommt safe, Alley. Wenn du Alley hast, dann habt ihr es eigentlich. Also, er kann über Mitte höchstens kommen. Noch, aber... Lass den Teammate so sterben. Ist ja nur noch einer, oder? Ja, ist nur noch einer. Also, ich check mal Bombe, aber nicht sprinten, das ist das Problem. Oh Gott, Teammate is down. Komm, das S&D-Brain brauchen wir jetzt. Er braucht so 5 Sekunden zu defusen. Echt? Hm. Okay. Er ist zum Blick hinter mir. Let's go. Digga, ich hab grad so Angst, dass er defused hat. Als ob man 5 Sekunden hier braucht. Ja doch, im Public braucht man 5 Sekunden. Wie du die Bombe prefab... Obwohl man auch sieht, dass er sie nicht in der Hand hat. Nein, aber ich dachte so, er hat einen Koffer so offen. Keine Ahnung. Ach so. Loll, okay. Ja, du gehst rein. 7, 1. First Round, Digga. 2 Runden noch, dann war's das, oder? Ähm... Ja, wenn wir es gewinnen, dann war's das, genau. Und dann müssen wir das Video noch irgendwie auf 10 Minuten strecken. Ja, das kriegen wir hin, Digga. Bisschen Real Talk danach. Bisschen Real Talk. Okay, wo bist du hin? Läufst du auf B wieder? Ja, ja. Hier kommt ein Auto, Digga. Hab ich Flag Jacket? Auto down. Digga, ich bin so... Meine Flash sind einfach wack. Okay, da ist keiner in Scheune. Die kommen auf B. Zwei sind white. Die gehen jetzt beide zu A. Echt? Okay. Ja, Mann. Also sah so aus. Kommt die MLG, Nate. 1, 2, 3... Ich hab so Bock hier von den... Hier ist einer. Oh mein Gott, er gibt zu 100%. Boah, rät es hier oben rum. Hier ist auch einer bei B. Jawohl, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich hab auch einen bei B. Let's go. Okay, komm. Das ist so lustig. Aber irgendwie macht das voll Spaß. Man ist so viel überlegt da in dem, was man macht. Man spielt so übelst strategisch. Oh Gott, hier mit der Bredschi. Komme, ich flanke ihn. Mit 2 kmh, Digga. Nein. Nein. Skills sitzt oben im Haus. 3 gegen 3, Digga. Da ist er, da ist er. Einer kommt über Dubs, Digga. Ich weiß es irgendwie. Jawohl. Ja, der hat ihn. Digga, hat er mit der... Ich dachte schon, er hätte ihn mit der Banshee gerückt. HB geplantet, scheiße. Bis ich da bin. Guck mal, was er hier für eine Ausrüstungsmassaker aufgebaut hat. Hier hätte man eh nicht planten können, Digga. Ja, what? Er hätte so das System installiert. Einer noch. Jawohl, let's go. Nein, er ist down, er ist down. Easy. 3-1. Let's go. Digga, wenn die wüssten, gegen wen die gerade verlieren, Digga. Die müssten einfach nur Warwight machen, wir wären absolut verloren. Digga, der eine hat mich auch krall. Ich bin so geflankt und er hat mich oben aus dem White geholt, Digga. Ich war so lost, ich laufe so auf der Straße wie mit einem Schildkröte, Digga. Er schieße einfach so runter. Ja, genau. Und das ist sogar das Problem, Alter. Man muss immer so richtig die Short Ranges versuchen. Ich habe so Bock vor diesem Zug da runter zu sliden gerade. Ich könnte nicht mehr die Baume kriegen, wenn ich es versuche. Okay, der geht wieder Richtung A. Oh, hast du die Drohne? Ja, der Team-Mate. Ah, okay. Richtig schön unfair, Geil. Digga, der Team-Mate ist mit dem Schwert unterwegs. Mit dem A, mit dem Lefty. Ey, die habe ich nichts geflasht. Digga, die rampen sie übel. Ne, der eine ist noch hinten. 3 gegen 1, komm, let's go. Ja, okay, ich würde sagen, da können wir noch eine zweite Map eigentlich machen. Also, Leute, wir sehen uns auf der zweiten Map. Erste Runde hier direkt mal 4-1 gewonnen. Massi geht hier mit 9 Kills raus. Richtig krass. Guck mal, ich so rein-aim habe ich schon... Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, Digga. Digga, Laser ist aber echt huge dafür. Ja, Laser ist auch... Also ohne Laser ist es fast unmöglich. Digga, zocken ist schon das Beste, was es gibt. Mhm. Okay, Leute, die nächste Runde mit Sweaty. Die Map ist schwierig für die Challenge. Und die beiden guten, die gerade 8 und 5-1 gegangen sind, sind jetzt im Gegnerteam. Okay, wir können versuchen, den Schildkrötenmoos über den Wasserfall zu machen, weil anders kommen wir nicht rüber. Wir gehen zu B und du smokest am besten die Brücke da. Ja, stimmt. Oder wir springen hier, einer von uns kann auch aus dem Fenster rausspringen und ins Wasser von dieser Tiki-Bahn. Wasser ist nicht so ganz CSGO-like. Stimmt, Wasser gibt es gar nicht in CSGO. Komm her, geh du weiter, ich guck mal hier aus dem Fenster. Ja, genau. So ist gut, wir planten schon. Ich nade ins Haus. Mein Nades kommt immer zu kurz, Digga. Also, wir dürfen nicht ins Wasser, okay? Ich schaue nur in das Wasser so rein gerade. Dahinten ist einer, aber den kann ich nicht holen. Geht gar nicht. Ja, einer ist Wasser, hab ihn. Okay, nice. Hinhocken kann man sich, ja. Ja, ich bin so in der Hocke gerade. Einer kommt, einer flankt, einer flankt. Okay, ich helfe dem kurz mit dem. Ich habe ihn nicht geflasht. Ich gucke weiter hier. Ah, er ist drin, er ist drin, zu zweit, zu zweit, glaube ich. Weiß es nicht. Ja, gib mir den Double Kill, Digga. Oh, let's go, so gegen die beiden Tryhards, Digga. Nice, man. Oh. Nein, ich bin reingeflasht. Ich wollte das nicht. Kann ich wieder hochziehen, oder? Ja, klar. Du hast eh gewonnen, die Runde. Ich kann hierbleiben. Perfekt. Oha, tschusch, Digga. Ich muss selber reingestürzt, Digga. Digga, der killt. Der sah so CSGO auch aus, wo du dich geduckt hast. Ich schwörs dir, Digga. So Recoil-Dingens macht man immer bei CS. CS4 ist das Unferste der Welt. Ich bin schon Pasha-Bizeps, dein Vater, Digga. Du bist schon Pasha-Bizeps, du bist Pasha-Trizeps, Digga. Ich feier den übel, den Typen. Ja, ich auch übel. So eine Legende. CSGO live anzuschauen, macht auch so viel Spaß. Dann denke ich immer, ich würd's gerne spielen können, aber dann weiß ich nicht, ich müsste zwei Jahre spielen, um absolut mal einen Kill zu machen. Aber dort kann man echt so langsam sein. Du kannst echt so ein Rentner sein und auch übelst Rape. Ich glaub, da streiten sich die Leute auch drüber. Okay, lass das Haus jetzt hier schön spielen. Okay, ich guck mal hier. Keine von hier kommen. Einer ist hier, einer ist hier. Komm. Hab ihn gestunnt. Eins, zwei, drei. Aber Nate hat ihn nicht geholt, Digga. Bitte uns. Nein, er ist weak. Er geht wieder ins Wasser. Ich wusste, dass er da kommt. Digga, ich hab so Pech gehabt gerade, Digga. Ich hab eigentlich einen Kill gemacht gerade. Ich hab ihn genaded und geflasht. Der eine ist auf jeden Fall bei dir, Digga. Der ist auch noch einer, ja. Jetzt bin ich gepflegt. Oh, jetzt bist du, Digga, jetzt wirst du gesandwiched. Nice, das war der Thunder-Team. Oh, nicht mehr. Nein, ich hab gedacht, er kommt aus der Tür. Weißt du, was ich meine? Digga, hättest du dich jetzt so geduckt, ne? Ja, stimmt. Als du zuerst moved, hättest du ihn so richtig in die Fresse geschossen. Wenn der Typ das 1v4 macht, der nutzt sich seiner Mutter den Schwanz. Ja, wird sofort geraped. Oh mein Gott, er wurde da schon gebullshetet, Digga. Er hat so unsere Waffe aufgehoben. Er hat absolut meine Waffe aufgehoben, Digga. Ah, toll. Mit 3-Name kann ja jeder. Headshot angeblich. Er schießt ihn so auf sein Sona-Plexus, er gibt ihm Headshot. Sona-Plexus, Alter. Und egal, dass in Kanaka das Wort kennt, okay, weiter geht. Das kenne ich nur, weil ich damals gekickboxt habe, Digga. Also, die kommen über die Brücke, Digga. Ich versuche hier zu flanken. Ja, okay. Versuch du mal links von mir zu haben. Alles ganz hinter dir? Ja. Oh mein Gott, ich konnte nichts machen. Let's down. Let's go. Ah, okay. Ey, wieso lege ich mich so auf? Denn das habe ich aber nie. Ich glaube, weil ich immer so sliden will im Unterbewusstsein. Die Runde müssen wir jetzt gewinnen, Digga. Mach mal irgendwas übel weirdes jetzt. Weißt du was, Digga? Ich smoke einfach in der Mitte, bist du dabei? Ja. Zugesmoked, Digga, wie bei so einer Hotbox. Einer ist am Fenster. Weak. Ich werfe ein Nate da rein. Ja. Nate kommt, nichts. Oh, ich bin so ein Versager. Egal, ein ist reingestappt. Ah, nice, Mann. Sechs gegen eins, Digga, das haben wir gut gewonnen. Ja, ganz hinten Conor McGregor, Digga. Ich gehe hier unten in den Headdy. Ganz unten? Ja, ganz hinten im Spawn. Ja, perfekt. Aber weißt du was, Digga? Unser Push hat es den Teammates ermöglicht, so hart zu rushen. Ja. Digga, der hat ihm so auf die Eier geschossen, Digga. Das war noch nie so ein... Er wollte ihn absolut entmahnen. Absolut dismanteln. Da hinten ist einer. Ja, am besten challengen den Sniper. Mach ich jetzt mit der Nate, Digga. Pass auf, pass auf. Ah, hier kommt ein Auto. Oh mein Gott! Die Nate war so krank, Digga. Ich bin so across the map genehmigt. Einer ist bei uns in dieser Bar, Digga. Ich kann ihn aber nicht challengen. Okay. Digga, die Nate war so pervers, Digga. Versuch die Treppe hochzulaufen. Es ist so riskant, was ich hier mache. Oh Gott, da oben ist einer, Digga. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Stehe an der Treppe. Ja, ja. Ich bin nur Sasa-Spot, Digga. Ah, er kommt. Er ist über mir. Nein. Er habe mich nicht gesehen. Er habe mich nicht gesehen. Und der eine ist auch noch dort. Der McGee. Der pusht dich. Der pusht dich. Oh. Oh. Fuck, Digga. Nein. Oh. Asimov Cloud9, Digga. Asturie oder was? Okay, let's go. Er hat ihm so die Kniescheibe jetzt erschossen. Ein stärktes Geschiss, hab ich gerade richtig gehört. Boah, da sind zwei in der Bar, Digga. Nate kommt. Nate kommt wieder nicht. Wieder nicht reingeworfen. Ich kann keine Nate in dem Spiel werfen. Einer ist da rechts im Headbild. Ich kann nichts machen. Vielleicht bin ich tot. Er hat mich. Ich kann nichts machen, Digga. Was soll ich machen? Einer kommt jetzt hier vielleicht. Ja. So, huge gehen, Digga. Hinter dir, hinter dir. Ich bin so am Arsch. Digga, ich finde. Wenn du das 1v5 mache, ich schicke dir 50 Euro bei Payball. Digga, ich bin so tot. Hast du den Typen gesehen, der da ist? Ja, ja. Ja. Er hat Camo ge- Er hat Camo ge- Von hinten macht der Camo an. Das ist ein Idiot, Digga. Digga, wenn du da außen lagst, ist er gefickt, Digga. Wir können das nicht. Wir müssen über die Brücke. Digga, dann smoke die mal. Oh, da ist schon einer irgendwo. Komm von hinten, Digga. Ja. Wollen wir trotzdem weiterlaufen? Der eine ist auch schon hinter uns, Digga. Guck mal, der hat den gekillt mit der Bombe. Wo ist der? Da hinten, ganz hinten im Spawn. Ich werfe die Nate des Lebens jetzt. Ich werfe die Nate des Lebens. Oh, scheiße. Ja, ganz, ganz hinten. Ja, ganz hinten, Digga. Ich fühle mich so lost gerade. Ich hab eine Smoke und eine Nate. Oh mein Gott, das war so wichtig. Oh mein Gott. War so wichtig. Teamate hat mich noch gerettet, Digga. Oh mein Gott. Nein. Ich habe ihm fast Turnung gegeben. Er ist weak. Ja, das ist er. Schmeiß dir noch einen in die Fresse. Da sind zwei. Stun ihn. Stun ihn. Stun ihn. Stun ihn. Oh Gott. Ey, das hat das Teil ins Gesicht. Digga. Es war nicht machbar. Scheiße, es war nicht machbar, Digga. Ich hab alles versucht. Ja Leute, es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, checkt auf jeden Fall auch Masis Kanal ab. Checkt mein Merch ab. Checkt meine letzten Videos ab. Möchtest du noch irgendwas sagen? Nö, passt. Okay Leute, also haut rein. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.